Ich bin Susanne Wellhöft, bin 44 Jahre alt und komme aus Norderstedt und habe dort eine Praxis für die Ernährungsberatung. Ich berate unsere Kunden rundherum um das Thema Ernährung, gesundes Essen, gesundes Bewusstsein, Spaß am Essen, wie kann ich mich optimal ernähren, wie kann ich meine Vitale und Nährstoffversorgung optimieren, aber auch wie kann ich abnehmen oder auch zunehmen. Meine Kunden sagen mir, dass ich durch meine persönliche Erfahrung in diesem Bereich sehr authentisch bin und immer ein offenes Ohr habe für die Sorgen und Bedürfnisse meiner Kunden und für mich ist es wichtig, dass ich keine Diät oder Ernährungspläne ausstelle, die sehr unpersönlich sind, sondern dass es einfach ganz individuell ist, was derjenige möchte, wo er seinen speziellen Schwerpunkt hat. Da berate ich und ich betreue unsere Kunden auch sehr, sehr langfristig. Hier geht es nicht um das Thema Zeit, sondern dass der Kunde sich wohlfühlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017